Da unten ist einer mit dir, Rossi. Oh mein Gott, wenn wir den jetzt hochziehen, das wär zu episch, das wär zu episch. Nein, wir sind noch hingegangen, wir sind noch hingegangen. Wir haben ein Herz, wir haben ein Herz, Alter. Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wo ich euch ein bisschen die Rechte des YouTubers nahelegen will. Viel Spaß. Und ja, wir sind jetzt schon in der Lobby und ja, by the way, hab ich jetzt so ein Texture Pack, das wurde mir von so einem Zuschauer stellt. Und ja, ich wollte euch einfach mal heute ein bisschen so die Ränge, also nicht die Rechte des YouTubers näher bringen. Also den YouTuber-Rang, wobei bemerkt, bekommt man ab 100.000 Klicks pro Monat. Das heißt, du kannst 10 Abonnenten haben, aber 100.000 Klicks wird aber auch in jedem Fall einzeln entschieden. Ähm, ja, also so viel dazu. Und ja, ähm, 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 und ja, erst mal, äh, ja, ist gesagt, dass man halt die ganze mal Premium-Rechte hat. Das heißt, ich bin jetzt hier, ja, in der Premium-Lobby, hab auch alle Premium-Rechte, hab, ähm, hier im Shop, wenn man mal hier guckt bei den Haustieren, hab ich diese drei, ähm, Haustiere. Die anderen müsste ich mir kaufen. Dann natürlich noch hier ein paar Boots und so. Also, zuerst einmal haben wir natürlich den Slash-Nick-Befehl. Und, ähm, ja, jetzt haben wir, äh, hier sogar noch den Skin, was wirklich einzigartig eigentlich ist. Und ja, jetzt sind wir, wir sind hier, ähm, ja, quasi für die, ähm, User als, äh, andere Spieler quasi sichtbar. Und, ähm, ja, mit dem Befehl Slash-TR, ähm, sind wir jetzt, äh, also haben wir quasi jetzt keinen Rang. Also, es ist unser Rang unsichtbar in jedem Spielmodus. Genau, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal hier in, äh, Getdown rein. Und ihr seht, wenn wir Tab drücken, wir haben, äh, keinen YouTuber-Rang mehr. Wir haben den quasi, äh, ja, Slash-Toggle-Rank heißt es, ja. Und das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend und was ich auch finde, ziemlich cool. Und, ähm, ja, wir gehen mal wieder nochmal zurück zur Hub. So, dann machen wir nochmal Slash-TR. Und, ähm, ja, dann sind wir hier wieder in Tab-Lila. Als nächstes haben wir den Slash-Auto-Nick. Und, ja, damit steht da, äh, ja, Auto-Nick wurde aktiviert. Du wirst genickt, sobald du ein Minigame betrittst. Und, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch in die Getdown gehen, sehen wir, oh, raus hier! Uh, das war knapp. Schisch! Ähm, so, dann sehen wir. Ähm, ja, wir haben Instant, ähm, einen Nick-Namen. Wir können nochmal rausgehen, können in eine andere Runde. Und, ja, wir würden, ähm, ja gut, das ist jetzt immer derselbe Name. Aber das finde ich schon ziemlich cool. Da muss man sich nicht immer umnicken. Wird auch, wenn man eine Runde gewinnt, wird man dann wieder entnickt. Man hat jetzt aber hier, ähm, keine Silent-Lobby, was wirklich eigentlich jeder Server hat. Man hat hier auch so jetzt keine Extra-Tools. Man hat halt aber, wie gesagt, wirklich schon ziemlich viele Befehle. So, dann können wir noch, ähm, MSG zu fremden Spielern machen. Zum Beispiel hier der Bora-277. Können wir mal slash MSG. Bora-277. Yo, was geht! Und, ähm, ja, obwohl ich ihn nicht als Freund habe. So, dann gehen wir mal in eine Runde Getdown. Und, ja, jetzt können wir hier nämlich slash Force-Map. Zum Beispiel jetzt Shroom finde ich ganz geil. Und LSD finde ich ganz geil. Und It's Me Mario. Und, ja, da haben wir jetzt auch schon die Maps festgelegt. So, und jetzt müssen wir bloß ein bisschen warten. Ich könnte natürlich jetzt auch alleine Getdown spielen. Aber wenn die Server mittags so voll ist, ist das eher, äh, ja, unschlau. Und, ähm, ja, wir sind jetzt nicht so viel wegen dem Shader. Aber ihr seht, jetzt, ich will natürlich aufnehmen. Und was macht man da natürlich? Wir machen hier slash Start. So, und dann geht auch schon die Runde los. Und wir sehen, ähm, ja, wir haben jetzt quasi hier die gevoteten Maps. Okay, ich würde sagen, für 1000 Coins haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Equip, vor allem das Schwert gefällt mir. Und, äh, ja, ihr habt mir geschrieben, ihr kennt mich schon seit 400 Abos. Das ist wirklich schon mega krass, weil der Hype hat eigentlich erst so bei 500, 600 Abos angefangen. Und, ähm, ja, dann geht's jetzt auch schon los. Wir gucken mal, ob wir ein paar, äh, Typen klatschen können. Oh, ja, oh mein Gott, das ist die Map, ja. Okay, der kann klein mal herkommen. Ja, komm doch, hä? Willst du dich hier mit mir anlegen? Ich weiß doch, hier hatte ich mal eine Aufnahme, aber die ist ja leider weg, so wie alles andere. Ah, komm, da geh ich jetzt nicht hinterher. Ähm, okay. Probieren wir mal, den hier zu klatschen. Herr, warum brennt der nicht? Ah, doch, er brennt. Nice, low ground. Und wir haben ihn gekellt. Okay, das war hier der First Kill. Und ich muss sagen, die Runde läuft wirklich ziemlich gut. Ich wollte erst am Anfang leften, weil ich sagte so, yo, ich, äh, reiß es. Eh net, aber kann halt wirklich noch was werden, wenn ich mich jetzt nicht zu dumm anstelle. So, und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber hier kann man ja diese Leute hochangeln. Dann mach ich immer so eine Angel-Taktik. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, dass wir... Nein, 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 nein. Der ist tot. Nice. Okay. Puh, ich, ich zitter schon wieder übelst. Okay, so, also der wird's, glaub ich, auszumachen mit der Angel. Ist da unten noch sein Loot? Ich denke mal... Aber warte mal, da unten ist einer mit Diarossi. Oh mein Gott, wenn wir den jetzt hochziehen, das wäre zu episch, das wäre zu episch. Nein, wir sind noch hingegangen, wir sind noch hingegangen, wir haben ein Herz, wir haben ein Herz, Alter. Hat er uns gesehen? Nein. Oh mein Gott, das ist halt das Skandal, diese Taktik. Ich würde sagen, wir essen mal ein Geppel, das wäre ziemlich hilfreich. So, oh nein, 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 ist das ein Hurensohn, oder? Ist das einer? Ich weiß es nicht, so nenne ich immer die Leute mit dem Bogen. Okay, okay, wir müssen jetzt von hier oben runterziehen oder halt fighten, ne? Aber fighten geht halt nicht, weil ich richtig low bin. Uh, Hacker, Spaß. Okay, er hat auch ziemlich gutes Equip, würde ich sagen. Und wir sind tot. So, jetzt habe ich, denke ich mal, alle Rechte für den YouTuber-Rang aufgezählt. Und ja, das ist vielleicht auch hilfreich für Leute, die halt den YouTuber-Rang hier haben, oder die ihn haben wollen. Und ja, dann würde ich sagen, war es mit diesem Video. Und ja, jetzt hat halt die Schule bei mir angefangen, das heißt, es kommen jetzt vielleicht mal unregelmäßig Videos, aber ja, ich habe auf jeden Fall noch ziemlich viel geplant, so mit Projekten, ne? Und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich kann heute nicht reden. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.